Er revolutionierte die Modefotografie mit seinen Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Nun ist der deutsche Starrfotograf Peter Lindbergh gestorben. Wie seine Familie am Mittwoch in Paris mitteilte, starb er mit 74 Jahren am 4. September 2019. Lindbergh arbeitete für namhafte Modeschöpfer wie Karl Lagerfeld, Jean-Paul Gaudier und Giorgio Armani. Die Lindbergh lichtete im Laufe seiner mehr als 40 Jahren Karriere zahlreiche Supermodels ab, darunter Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Linda Evangelisti und Kate Moss. Er hinterlässt eine große Lehre, gibt es auf Lindberghs Profil, bei dem Online-Netzwerk Instagram, wo sich die Nachricht von seinem Tode rasch verbreitete. Die deutsche Ausgabe von Vogue würdigte ihn als einen der größten Fotografen unserer Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017